Hallöchen Leute! Ja, ich habe heute wieder extrem gute Laune und ich muss schon wieder umstellen. Ich möchte euch heute mal was vorstellen in Minecraft, nämlich, wie ihr in Minecraft, ihr seht es hier, jetzt denkt zuerst einmal, das ist so lang, das kann ich auch eben nicht. Ihr seht es ja hier, dass ich schon einen overpowerten Snowball in der Hand habe. Und wieso kratze ich mich eigentlich gerade ständig an der Brust? Wieso fahre ich immer an der Brust in Gang? Keine Ahnung. Yo, dann zeige ich euch das mal. Hier ist der Command-Block-Kasten. Der Command-Block ist für alle, die die korrekte Version von Minecraft haben. Ich habe die reale, also ich habe gekauft. Beziehungsweise ich habe die richtige Minecraft-Version. Und ja, hier seht ihr so einen Redstone-Block und ja, das Ding. Aber was uns jetzt wichtig ist, ist dieser Command-Block hier unten. Hier seht ihr schon ein L langer, ein wirklich L langer, ein wirklich engen langer, ein wirklich engen langer Command. Und wenn ihr den wegwerft, und das ist so meine Probierwelt hier, wenn ihr den wegwerft, also kurz mal auf rechts klickt, wenn ihr den wegwerft, kommt der Sidi. Dann generiert sich der. Das wird schon wieder ein Haus im Haus. Genau, dann bildet sich hier die Stadt so langsam. Nein, ich... Meine Aufnahme wackelt jetzt nicht so. Ich habe bloß keinen guten Computer, keinen richtig mega guten Computer. Deshalb dauert das bei mir ein bisschen länger. Jo, und wie ihr so seht, das sind solche Obsidian-Blöcke, die sich Haus nennen und die erschaffen, dann ziehen die Hochhäuser wie bei so einem Bauhoch. Jo, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Häuser stehen. Bis gleich! Bis gleich! Jo, Leute, hier bin ich wieder. Wie ihr gerade gesehen habt, steht unten finished. Das ploppt auf, wenn das Ding fertig ist. Ja, es rendert noch ein bisschen nach. Jo, und mit dem Swarx-Texture-Pack sehen die Hochhäuser einfach sowas von geil aus. Jo, und wenn ihr wollt, kann ich mal in so ein Hochhaus reinlatschen. Oh, mein Gott, Minecraft. Leck halt nicht. Scheiß Minecraft. Vielleicht nehm ich mal den Snowballer. Eben so. So. Gut. Minecraft läuft schon wieder mit 14 FPS. Furchtbar. Ja, dann seht ihr hier. Jetzt ist das ja so ein Hochhaus. Also es ist richtig, man hat richtig das City-Feeling. Komm mal hier hoch. Oh, Closed-Down-Beleuchtung. Ja, ich habe zu. Und jetzt kann man hier hoch. Vorausgesetzt, Minecraft deckt nicht. Ja, das Einzige, denn der Achteil ist halt, dass die Stockwerke... Ich drück kann ja mal 11. Gut. Was ist denn das für ein kranker Frauenstil? Also Minecraft lässt sich immer was einfallen, hey. Ja, und wie ihr sehen könnt, Steve oder Mrs. Steve in dem Fall ist genauso groß wie... Ding wie... Das Hochhaus... Die Hochhaus... Die Hochhausetagen sind genauso groß wie... Steve Klosches... Ja, ich würde sagen, das war es auch schon. Das war jetzt relativ kurz und inhaltlich der totale Flop. Aber ich wollte halt einfach mal machen. Jo, ich sag tschüss. Bis zum nächsten Video von und mit mir. Bye, bye. Und tschüss. Bye, bye. Bye, bye.